So, mein Plan ist es, wenn ich das erste Mal in den Animus gehe, dann... Ach ne, wisst ihr was, ich nehme am Stück auf, was soll's. Ich bin jetzt gerade so eine Spielfieber. Ich guck nur mal gerade, ob hier noch irgendwas ist. Endlich läuft es, weil ich habe ja tatsächlich bei meinen Eltern es nicht mehr gedownloadet. Und bin jetzt eigentlich im Verzug. Ich guck, ich wollte heute schon die erste Folge raushauen, aber ich lasse das jetzt als Wochenend-Schmangel. Denn heute Abend, ich denke mal so in ein, zwei Stunden, heute ist nämlich Mittwoch, jetzt, ne, Daisy 058 ist offiziell erschienen. Und das geht heute Abend auch noch in die Produktion. So, der hat immer das gleiche gesagt, jetzt reden wir... Wie hieß sie? Sorry, keine Zeit. Na klar. Komm schon. Ich muss das hier fertig machen. Reden wir später, Desmond. Okay, da ist auch noch ein Computer. Das ist, ähm... Wieso ist der leer? Hm? Da habe ich auch noch etwas Interessantes nicht. Ich kann hier... Okay, also das heißt, wir spielen jetzt Ezio und Ezio überträgt seine Fähigkeiten auf Desmond. Ähm, lebtige Taste drücken. Na dann. Gehen wir doch mal gucken. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah. Ah. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Uh. Und los. Hm. Okay, willkommen im Animus 2.0. Action beendet. Zehn Punkte bekommen. Yeah. Boah, Hammer. Okay. Wir sind in Florenz. Alter. What? Wie geil ist das denn bitte? Äh, uuuh. Äh, ja. Stiefel. Okay. Du bist bestimmt Ezio. Doch, na klar. Insieme per la Vitoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn! Idiot! Hm. Gibt es jedoch ein Tutorial? Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Mit Steine werfen. Fang ihn! Oder muss ich? Oh! Oh! Jungs sind Jungs. Alles klar. Pazzi ist Männer bekämpfen. Na dann bekämpfen wir die doch mal. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch das Tutorial. Huch! Oha! Na wo denn jetzt? Achso, nee. Wartet mal. Falsche Taste. Drücken sie um mein Ziel zu erfassen. Oha! Zurück zu schlagen. Das war... Das war... Das war nicht richtig. Das ist halt noch... Oha! Ne, das... Ich kann die Faden darauf nicht erkennen. Huch! Ähm... Oh, Mann. Oh, das blüht Animation, ne? Komm her. Ich hoffe, ihr hört das Klicken hier vom Controller nicht so laut. Und... Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Was? Oh Gott. Was? Ähm. Zurück! Zurück! Okay. Ähm. Mit dem Niederringen. Was? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet. Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Das ist aber Diebstahl, ne? Ähm. Alter, was ist das? Nee? Ah, okay. Ähm. Das Problem ist ja wirklich... Okay, jetzt kann man das Rote erkennen. Oh, der durchsucht ja mal richtig lange. Okay, ähm. Erledigt. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Okay. Jetzt heißt das wahrscheinlich auch noch Wettlauf. Jungs sind Jungs. Synchronisiert. Das ist das... Ah, das ist das eigentliche Tutorial. Die nächste verfügbare Rennung wird immer auf die Manikarte angezeigt. Nein! Ach du Scheiße, komm her. Oh Gott. Muss ich da lang, Kapitel? Nee, da nicht. Ach da. Gelb. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Schlafen. Mhm. Alles klar. Ah, Frederico zum Doktor folgen. Jetzt wird's interessant. Ähm. Oh. Wieso rennt der so schnell? Ach so. Okay. Oh. Okay, Leute. Ähm. Hier entlang, Ezio. Ja, ja. Ähm. Er wird noch jemand. Er macht. Ähm. Ich muss wahrscheinlich wirklich mit anlaufen. Der Gesetz, das so etwas verbietet? Frei rennen. Genau. Hoch mit dir. Das ist die falsche Richtung. Gar nicht. Oh, das wird noch lustig, kann ich euch sagen. Durch die Analog-Controller. Das ist eine Gewöhnung, die ich... Uiuiui. Wo ist er? Runter? Komm, meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarin-Packungen gegen eure Hühnerhauten. Ach so, da ist der Arzt. Hoch. Oh Gott. Okay. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Ich hätte mal Untertitel anlassen sollen, ne? Ich hoffe, die sprechen nicht zu für Italienisch, sonst habe ich ein Problem. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Okay. Grazie. Grazie. Hier lang. Ja, geht doch. Hallo? Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja. Ich bekäme lieber keine Standpauke. Aha. Ein kleines Rennen, hm? Oh, nö. Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Ach du Scheiße. Okay. Ein Rennen gegen Frederico. Gewinnen. Akzeptieren. Oh, das ist nicht fair. Ich weiß aber nicht, ähm. Dann auf drei. Uno. Due. Tres. Lass mich doch mal durch. Ich will mich hier hochziehen. Geht nicht. Komm schon. Hoch, hoch, hoch. Nein. Okay. Oh, krass. Kann ich das schon? Kann ich? Rennen verloren. Ähm. Was hab ich da jetzt überhaupt gesammelt? Achso, ich muss es gewinnen. Oh, shit. Verstehe, verstehe, verstehe. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Aber ist die Kiste jetzt automatisch auch weg? Der Kleine muss noch so viel lernen. Aber nochmal nicht. Komm, du Schildkröte. Nein. Oh Gott. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Schnell. Nein. Mann. Fast, fast, fast. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier noch einen anderen Weg? Boah, mir ist schon wieder so warm, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Auf ein neues. Der Kleine muss noch so viel lernen. Ja, klar muss der Kleine noch so viel lernen. Vor allem, wenn sein Bruder sich einen Vorsprung erhascht. Komm, du Schildkröte. Ja, 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 ja. Komm. Komm schon. Ja. Komm, Jan, hier entlang. Wohin gehst du? Warte ab. Bitte was? Okay, wollen wir mal folgen? Ähm. Achso. Huh, okay. Ähm. Er zieht sich grad nicht hoch, also muss ich um die Ecke, ne? Halb Nachtsicht, halb Nachtsicht, ah ja, okay, verstehe. Oh, hier ist ein Checkpoint. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Hammer. 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 Fuck. Hr Stopp! Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. Darf ich noch synchronisieren hier oben? Nachtrunk der schöne... Das Butchi, einen Überraschungsbesuch abstatten. Na, dann machen wir das doch mal. Oh, oh, oh. Checkpoint. Was muss ich drücken für Checkpoint? Den da. Okay. Ja, nice. Jetzt bin ich immer gespannt nach dem... Ich wollte gerade sagen Hechtsprung. Todessprung heißt er. Genau. Der und der. Wie soll ich das denn machen? Soll ich mir jetzt die Finger dabei brechen? Nee, wartet mal. Ach so, dieses Plus ist hinten RT. Alles... Oh Gott. Bitte nicht pieksen. Wehe. Was war das denn gerade? Da wurde jemand umgeworfen. Mein Ziel... Wartet mal, wie ist denn hier? Select ist die Karte. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Arzt? Kunsthändler. Aha, Schneider. Erziehung. Wartet mal ganz kurz. Ich... Waffenausrüstung, Gegenstand... Ach du Scheiße. Monturen. DNA. Unwissenheit ist ein Segen. Sequenz 1 bin ich. Option. Steuerung, Grafik. Hat Statistik, Credits. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht einen Speicherpunkt habe, aber... Da hinten ist meine... Lady. Gut, dann wollen wir mal hoch. Erstmal aufs Dach. Da oben glaube ich kaum, dass da... Wie heißen sie? Das ist Puccini. Das war die... Die Romeo und Julia Geschichte dazu, ne? Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, geht das auch ein bisschen dezenter hier? Wie komme ich denn zu meiner Angebeteten rein? Hm. Alter Schwede. Was ist das? Achso. Ah. Hu. Alter. Etzio, bist du verrückt oder was? Aua. Bist du denn verrückt, Mensch? Christina. Christina. Wer ist da? Ich. Etzio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut. Aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Oh Gott. Warte, das meinte ich. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Itzio. Pfff. Hm. Oh. Oh shit. Nein. Nein, 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 nein. So, jetzt bitte hier ausblenden. Ich habe keine Lust. Okay. Pfff. FSK und so weiter. Oh shit. Nein. Ach, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Es ist überlaufen. Geht weg. Nein. Nein, 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 nein. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Oh, Leute. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ja, genau. Bei einigen Dingen. Das sehe ich auch so. Ich bin quasi unschuldig. Ähm. Bitte lass mich da hinten. Okay, jetzt sehen sie mich wieder. Nein. Wow. Wollt ihr denn mich gerade rammen? Der ist auch zu. Oh, lol. Okay, ähm. Ich fühle mich gerade mit dem Controller nicht, sondern... Oh, alter. Ich helb. Wartet mal, wir versuchen mal hier hoch. Ich bin... Hoch, 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 hoch. Und weiter, 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 weiter. Komm, schnell. Halt. Was für... Ich seh! Vom Regen in die Traufe. Hammer. Bitte lass hier keine Wachen stehen. So, jetzt gehen wir erstmal... Puh! Jetzt muss ich mich gerade mal hinsetzen. Meinst du? Oh, shit. So, Rennen freigeschalten. Rennen sind nur verfügbar. What? Okay, synchronisiert. Wir haben wieder eine Aufgabe erledigt. Hammer.